Solarmilchaufschäumer 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 Keine Kabel, keine Akkus. Dem Solarmilchaufschäumer reicht zum Auftanken ein Sonnenbad. Einfach ans Fenster in die Sonne stellen. Nach circa 10 Stunden ist er aufgeladen. Der Solarmilchaufschäumer schafft rund 10.000 Umdrehungen pro Minute. Das Wirbelrad ist aus Edelstahl und mit einem Spritzschutz ausgestattet. Neben Milch für den Cappuccino können Sie auch Saucen oder Martinis mit ihm aufschäumen oder verquirlen.